Was ist los Dagi? Wer hat dich aus deinem Körbchen vertrieben? Keiner! Hast du das Raschen gehört, ne? Wolltest du doch mal gucken? Aber Körbchen lassen wir nicht im Stich, ne? Ich hatte nämlich schnell hiervon eins gegessen. Das ist ein Traum. Ich mag gerade das mit der weißen Beschichtung. Lecker. Die schmecken super. Ja, bin schon ein bisschen am wegräumen. Und gleich lese ich dann ganz in Ruhe die Bedienungsanleitung, ne? Aber erst räum mal ein bisschen auf, ne? Aber als die Dose aufgemacht hat, musste der Dagi doch mal gucken kommen, hm? Lass mich mal kurz vorbeischnauzen. Ich finde das herrlich. Und das nicht süß aus deinem Körbchen. Ich finde das zum Knutschen. So putzig. So putzig da drin, ne? So genau die richtige Größe auch, ne? So niedlich. So fein, ne? Wer hat denn da hinten gehupt, ne? Oher hat es wäre so, ne? So ist es, da immer über das Давай,nehmen zuerst.